Willkommen hier im Schnäppchenkeller von Profischnabde in Impfingen. Ich zeige Ihnen heute eine Sofa-Garnatur aus der Hausausstellung von Willi Schillig, und zwar das Modell 22800LX als zwei Sofas, Sofa-Gruppe in Settellehner Z9050 Cognac. Eine ganz tolle klassische Garnatur mit einer weichen Armlehne, die als Krönung den Top-Settellehner-Bezug hat. Nun, was kann ich sagen? Federkern im Sitz, mittelfester Sitzkomfort, etwas mehr Sitztiefe, nicht zu viel, sehr bequem. Auch Rückenunterstützung habe ich, ich sitze richtig gut drin, mehr drauf. Dann habe ich optional diese Abenteigkissen, Stück 49 Euro, verkaufen wir einzeln, die ideal sind zum Liegen. Kopfstütze, auch optional, kostet 77 Euro, optimal für die Kopfunterstützung. Das Leder ist aber der Hammer. Zwei Sofas aus der Hausausstellung von Willi Schillig in Frohnlach, mit Schnickschnack, möglich, nackig, mit als zwei Sofas ohne Schnickschnack, für 2290 Euro Abholpreis. Tutti Kompletti plus 199 Euro Versand. Wenn Sie ein klassisches Sofa wollen, in einer warmen Farbe, Superleder, Settelleder mögen, ein kerniges Leder mit einem weichen Klipp und die Farbe Konjak Ihnen zusagt, dann ist Alex vielleicht Ihr Stück. Also für mich ist die Garnitur überzeugend wegen dem Leder. Settelleder habe ich 1998 zum ersten Mal bei Machalke gesehen, aber das ist natürlich am Klassenbesser, da weicher. Schnappen Sie zu, wenn das das Richtige für Sie ist. Das ist ein echtes Profischnäppchen. Oder kommen Sie nach Empfingen, ich zeige es Ihnen. Dankeschön. Und tschüss, Ihre Zreinhard. Bis den nächsten Empfingen.